Heute machen wir eine Fortnite Challenge und wir dürfen nur Ballons nehmen, wenn wir Ballons genommen haben, egal welchen Ballon, ein Ballon, zwei Ballon, egal, dann will ich Farbe aus kommen. Wenn da grüne Farbe kommt, dann darf ich nur grüne Waffen nehmen, wenn da lila kommt, dann muss ich nur lila Waffen nehmen, wenn da gelb kommt, dann muss ich nur gelbe Sachen nehmen. Also, das ist jetzt ein bisschen schwer, ein bisschen ist er schwerer, ein bisschen ist er schwerer, da ist er scheiß drauf, weil ich gehe hier, ne? Das ist auch ein bisschen schwerer, ich darf gar keine Waffe nehmen, ich gehe lieber zurück, da finde ich meine Arme, da finde ich meine Arme ist Ballons. Ich hoffe, dass ich nicht so bald gekriegt werde, weil ich darf ja keine Waffe nehmen, ich darf gar keine Waffe nehmen. Egal, egal, ich kann einfach die Haussagen bauen, die beiden schöne Waffe, ich hätte jetzt sie beide so gekillt mit den ganzen schönen Waffen. Ey Leute, kommt, das ist du, ich nehme einfach das. Ich lebe jetzt am Gleisch wieder hin, wenn das geht, dann dürfen wir das nehmen. Egal, ich gehe zu ihm, er sieht mich sowieso nicht. Okay, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir nochmal nach vorne, kommen wir her. Bleib doch mal stehen. Nein. Als wen war drin? Ich bin ja, ich bin ja. Ein, wie eine, meine, sie haben kaputt. Ist das die Bung? Oder ist die Achtung? Leute, verbedn't du von denen? Ich muss alle die Gäste nehmen Komm schon mit dem Ballon, mit dem Ballon Komm, komm Komm Ey, ich habe die Bafs noch da Seh mal Ich mach das Ey Boom, Boom, Boom Ich nehm schon die Waffe, oder? Okay, da ist das eure Waffe Okay, Leute, diese Runde habe ich ein bisschen geschummelt Aber diese Runde, Leute, ich schwöre euch Ich nehme gar keine Waffe Nur Balance Okay, da Schnell 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 Ich sterbe Schnell Ich kann nicht mal warten Zehn Jahre später Schnell Okay, jetzt 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 Ich glaube, ich spiel mal jetzt Die Sei leise Sei leise Sei leise Okay, Leute Ich mach mal ein Kuppenkerl Das habe ich noch irgendjemand gespielt Nur meine Schwester spielt das, die 2 Jahre alt ist Kuppenkerl habe ich noch nie mehr mit spielen Wir versuchen mal ein Kuppenkerl zu Wer? Wer? Wer spielt das? Wir versuchen mal Wer spielt das? Ich bin ein Kuppenkerl Ich bin ein Kuppenkerl Ich bin ein Kuppenkerl Machen Okay Muss nur kurz Was machen Wer ist hier offline? Okay, der ist offline Mach ich Okay, Leute Wer ist hier Wie 8 Jahre alt ist War ich eigentlich nichtол ist Super Man hat erst mal dass ich hier Kuppenkerl gespielt Wo ist das? Wie ist das? Ich glaube das wird so wie Teams Ich glaube das ist auch wie Teams Aber das habe ich doch nie im Leben gespielt Naja Hallo In Gruppen keine Nuballons. Ich gehe da erst dahin. Ein kleiner Zunis. Hier kommen Ballons. Heil und Biffenwiener habe ich schon gerade im Solo gesagt. Ob der Baum muss ich nicht? Komm, ich will doch noch nix. Wo ist die? Oh, da. Hey, schon wieder kein Ballon. Wo ist die schöne Art Schwere? Schwere Stunkel. Die sieht so schön aus. Komm, wie schön heißt es mich nicht raus. Egal, egal. Ist das Ballon? Nein. Leute, schau, dass ich noch Ballons finde. Ich hoffe, dass ich noch Ballons finde. Ich kann schon wieder mal Ballon. Wutte, 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 wutte. Wutte, wutte, wutte. Oh, mein Gott. Diese schöne Waffe da. Darf ich nicht nehmen? Ja, kommen die ganze Zeit nur schöne Sachen. Warum habe ich nur noch diese Challenge gemacht? Ich bin so dumm, ich mache noch diese Challenge. Aber hier weiß ich recht drauf. Ja, guck, ich finde gerade gar keine. Warum komm schon? Wo sind die Ballons? Hey. Hey. Leute, schreibt mal, ob das auch immer mit euch passiert. Wenn man Ballons braucht oder irgendeine Waffe, dann findet man das auf einmal nicht. Aber wenn wir das nicht brauchen, dann finden wir das. Das finde ich ein bisschen komisch. Schreibt mir in den Kommentaren, ob das auch immer bei euch passiert. Ich finde das ein bisschen komisch. Komm schon, bitte, bitte. Wenn der Kiste Ehremann ist, dann holst du den Ballon. Kann der Ehremann, leider. Ich habe hier nur Heilung. Die sind nur lieben schöne Waffe. Mann, du hast immer schöne Waffe. Ich habe immer böse Waffe auf den Spiel. oh nein ich glaube ich bin nicht so mit gar kein ballon, null ballon, null, ich muss an den es sieht denn um die ballon sind da wo er noch Ich bin schon wieder auf. Ich bin schon wieder auf. Ich bin schon wieder auf. Schau mal, ich habe gerade auf. Wenn du hier mal bist. Wann immer Christi? Die bleiben schön und wach von dir. Ich muss leider nicht nehmen. Als wenn ich noch gar keine Waffe gefunden habe. Als wenn ich noch gar keinen Ballon gefunden habe. Gegner? Nein. Ich verstehe nicht, dass das kleine Blaue hier ist. Kleine. Ich glaube, das ist ein Kind. Halt hier für mich Ballon rein. Halt hier für mich. Halt hier für mich. Halt hier für mich. Oh Mann. Ich glaube, dass das Video bleibt. Heute ist. Okay. Okay. Okay, dann müssen wir gehen. Okay. 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 Was und was ist das? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ist das irgendwie ein Hochdinger? Denn da ist das so blöd. Leute, ich bin da gar kein Ballon. Ja, wow, ich weiß noch, hab ich abgeschossen mit dem Vogelschein-Dinger. Ich rate gleich auf mich. Die sind nur die ganze Zeit nur gute Weizen. Das dürfen wir auch nehmen, Leute, Tasche rüßt, das dürfen wir. Komm schon, dann gehen wir mit der Tasche rüßt. Hier. Wir müssen weiter. Ja, Mann, ich meine, ich habe gar kein Ballon. Mann, okay, golly, 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 Ballon, Ballon, Ballon. Endlich mal, Scheiße, ich habe Waffe genommen. Endlich mal Ballons, Leute. Ich habe Lila. Dann kann ich direkt zu Ludwig gehen. Lila und... Orange. Orange, okay. Und grün, oder? Ist das Gelb? Ja, das ist Gelb. Gelb gibt es leider nicht. Nein, das ist Orange. Ey, warum habe ich das nicht gefunden? Ich muss doch nicht mal Lotte weg. Lotte, äh, gleich mal Ding auf dem Ballon. Ey, dann ist ein Lagerfeuer. Okay. Da komm ich doch schon an. Komm. Rot gibt es nicht. Lila. Lila. Und... Blau. Ich brauche blaue Sachen. Blau. Ich brauche blaue Sachen. Blau oder blau? euer blau Pamp so Gold darf ich auch nehmen, Gold darf ich nehmen das darf ich nehmen ist diese Waffe neu wie schaut nimmt der eigentlich der scheiß drauf hey Ballon direkt in Ludwig Leute also Gold und Sachen darf ich jetzt nehmen weil gerade schon Gold gekommen ich geh da rein ok ich geh doch nicht mehr rein verkackt ich weiß jetzt diese Runde gerade nicht was man hier machen muss ja ja sie baut noch ne sie baut noch sie baut noch diese Angsthase sie baut gleich in Hose ich schaue Sniper komm her jetzt habe ich gerne Sniper oh als wenn her hey 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 hä ok ich muss eine Runde anfangen ach Stimmt, dass der Zeug schon mal gespielt ist. Aber er hat doch ein Leben gespürt, egal. Wenn man hier stirbt, dann lebt man wieder. Merkling. Hecken? Lauf! Wo ist denn der? Wo ist das? Oh mein Gott! Ich bin so gut sauber. Ich bin so gut. Oh mein Gott. Wo ist das? Wo ist das? Ich bin so gut. Wollen wir uns alle noch zu bestückt? Okay. Ich? Beständig. Okay, okay, okay. Ich hoffe, dass ich eine Toilette gewascht habe. Ja, könnt ihr gern haben. Wollt ihr Stress? Könnt ihr auch haben. Da will ich noch Stress und da noch spielen. Ab und da auch noch spielen. Head Charge! 300er! Oh mein Gott. Angst. Ich habe hier 300 Headshots gegeben. Schlecht. Oh mein Gott, ich habe gerade auch getrunken. Aber für den? Keine Ahnung. Boah. Egal, egal, egal. Ballon, 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 Ballon. Oh mein Gott. Komm schon. Hau, kommst du? Auf, kommst du? Ha! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oder du bist? Ahm. Oh mein Gott! Was kommt denn von da? Hier steht, hier steht. Hier steht. Hier steht. Hier steht. Hier steht. Du bist immer wieder Dett nicht erst nicht gesehen, dann hat der nicht gesehen Dett nicht erst nicht gesehen, dann hat der nicht gesehen die die Schatten ich bin der Schauspieler ja ich brauche nur das Zubando-Opfer da ist nur eins na warum klaut ich nicht lachen wer ist das? 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 hier ist das Zubar hier ist das Zubar wie schön wir tanzen ja hier ist das Zubar hier ist das Zubar oh mein Gott oh mein Gott Ja, ich habe es noch nicht so weit eingefreckt. Wenn ich euch auf diese Videotel heraie, wenn ich euch auf diese Videoten möge ich mich danach. So díasstical und noch ein증er. Ciao.